Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Nicola Puella bereitet Lied vor. Er möchte sie in eine Show mit Wendy und Las Berdidas einbinden. Der Peruaner sagte, er sei besorgt, dass er nicht zufrieden sei, in der Las Berdidas-Show aufzutreten. Mehr als anderthalb Monate nach dem Abgang von La Casa de los Famosos México hören Wendy Guevara und Nicola Puella nicht aufzuarbeiten. Zwischen Präsentationen, der Teilnahme an Programmen und Seifenopern erreichen die Projekte weiterhin die ehemaligen Teilnehmer. Eine der beliebtesten ist, wenn die Guevara's Show mit Las Berdidas, an der Nicola teilnehmen wird. htps, www.millenio.com slash espectaculous Nicola Puella Cantara Show Wendy Guevara Perdidas Wenn der Peruaner jedoch vor seinen Fans auftritt, macht er Fotos mit ihnen und führt ein kurzes Zusammenleben, was ihn beunruhigt, da er während seiner Teilnahme an der Las Berdidas Show keine Show zu bieten hat. htps, www.millenio.com slash espectaculous Nicola Puella Cantara Show Wendy Guevara Perdidas Daraufhin empfahl die leonische Influencerin ihr, einen Song zu veröffentlichen, damit sie mit ihnen auftreten und nicht alleine bleiben und Fotos mit den Fans machen könnte. Und ich habe ihnen gesagt, nun, bringen sie ihr kleines Lied raus und machen sie eine Liedershow, und sie werden singen, deshalb wird Nico es tun, damit er sich in seiner Show und in der Präsentation selbst hilft, kommentierte Wendy Guevara. Nicola hat den Vorschlag angenommen und wird sich nun in die Welt der Musik wagen, um eine nennenswertere Beteiligung an der Show zu erreichen. htps, www.millenio.com slash espectaculous Nicola Puella Cantara Show Wendy Guevara Perdidas Welche Talente hat Nicola Puella? Nicola ist ein peruanischer Schauspieler und ehemaliger Fußballspieler, aber es gibt etwas, das sie vielleicht nicht wussten, er versucht auch, sechs berufliche Laufbahnen zu studieren, darunter Verwaltung, Hotelmanagement, Kommunikation, Recht, internationale Wirtschaft und Luftfahrt. Als Fußballspieler spielte er in Mannschaften wie Melgar, Deportivo Municipal und Sportboys, beschloss jedoch, sich zurückzuziehen, um sich der Luftfahrt zuzuwenden, die sein Leben prägte, aber durch die Teilnahme an Guerreros, Estos Guerra, Peru vs Puerto Rico unterbrochen wurde, eine Reality-Show, in der sie die Fähigkeiten der Teilnehmer testeten. htps, www.millenio.com slash espectaculous Nicola Puella Cantara Show Wendy Guevara Perdidas Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. www.millenio.com